Liebe HT1-Seherinnen und Seher, ich darf Ihnen heute zwei neue sportliche Ford-Modelle präsentieren. Zum einen unseren neuen Sportvan, den Ford S-MAX. Dieser überzeugt durch seine sportliche Optik in Verbindung mit enormem Platzangebot. Dieses Fahrzeug ist wahlweise als 5 oder 7 Sitzer erhältlich. Zur Auswahl stehen zahlreiche neue Technologien und Motorvarianten. Die Motorisierungen beginnen bei 120 PS und enden bei 240. Ich bin hungrig. Bitte wählen Sie eine Zeile. Eins. Das zweite Modell ist die Ikone der Sportwagen, der neue Ford Mustang. Erstmals in der Geschichte gibt es den Ford Mustang in Europa. Die Fahrzeuge sind entsprechend für den europäischen Markt modifiziert, verfügen bei uns über eine 5-Jahres-Garantie und können bei uns im Autohaus Christkirchen und Gaspulshofen servisiert werden. Bereits in der Grundausstattung überzeugt das Fahrzeug nicht nur durch seine Optik, sondern auch durch Luxus. Ausstattungsdetails wie eine Doppelrohr-Auspuffanlage, 19 Zöller, Lederpolsterung oder Xenon-Scheinwerfer sind bei uns seriemäßig. Der neue Ford Mustang ist in zwei Motorisierungen erhältlich. Als 2,3 Liter EcoBoost mit 314 PS oder dem Klassiker 5 Liter V8 mit 428 PS. Beides als Schaltgetriebe oder Automatik verfügbar, als Fastback oder Kabel. Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich inspirieren, erleben Sie Premium. Unsere diplomierten Verkaufsberater informieren Sie gerne in unseren Häusern Christkirchen und Gaspulshofen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.